Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr Armee im Kehrt machen. Dann entblüßen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Dann suchen Sie ihn. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Dame. Dann suchen Sie ihn. Hörn Sie? Hörn Sie? Hörn Sie? Was soll das heißen? Sie können Fägeler nicht finden! Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Jetzt suchen Sie ihn! Ich will Fägelein sehen, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Was hat denn da was gemacht? Ein Kaffee! Hey! Das haben wir uns vergisst! Huck! Die Kaffeele! Wir haben uns Kaffeele! Was hat denn da was gemacht? Amal das? Mein Gott!